Oh, mit der Moa noch angesaugt, der arme Kerl hier. Ach, nicht schlimm. In your face. Oh, ich habe einen mächtigen Kettenpanzer bekommen. ETF, Verteidigung 26 plus 4 Kraft, ja, die nehmen wir doch mal gleich. Legen die mal gleich an. Knochensplitter, Knochensplitter, so rum. Ja, da oben ist der nächste Bandit, Erntevernichter. Ja, ich habe ja auch noch welche stehen. Ich battle die einfach mal weg. Und die Sau hat Dings angezündet. Hier kommt das Feuer, Bruder. Sie kommen wieder, glaubt mir. Nimmt ein Eimer und kommt euch bereit. So, eine steht da noch. Banditenerntvernichter. So, da kriegt sie jetzt erstmal. So, die Quest habe ich jetzt abgeschlossen, dass wir der Schlemp helfen sollen. Ja, genau, das habe ich auch schon fertig. Aber da haben wir noch drei, drei, ähm, drei, kommen noch welche, genau. Das ist ja Kelly Kay hier, der geht schon krass ab hier. Schon fette Flügel auf dem Rücken und so ein fettes Ninja-Schwert. Ja, bestimmt, da haben wir kaum geborene Klamotten wie bei WoW wahrscheinlich. Ja, bestimmt. So, hätten wir das auch erledigt. Jawohl, das sieht auch gut aus. So, jetzt habe ich einen Beutel bekommen. Naja, stimmt, ich kann ja die Quest hier ohnehin mal ablösen. Einen Beutel habe ich auch bekommen. Korrekt. Einen Beutel. Nein, ich will den zerstören, ich will den anlegen. So. Und, ähm, dann gehen wir jetzt wieder runter zum Wasser, würde ich sagen, oder? Ja. Laufen dann da hinten her. Da, 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 da. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir an den Zaun-Einstellungen was ändern sollen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir alles richtig eingestellt haben. Wir nehmen nur nicht mit dem Großmembraner auf, wir nehmen mit dem Headset-Mikro auf. Einfach, um dann zwischendurch mal zu muten, wenn mal was sein sollte. Aber man hat ja dann doch nicht die absolute Ruhe. War so ein Frosch im Hals wie ich hier. Okay, ey. Was ist da los? Mich verschluckt vorhin. Ganz eklig. Das ist natürlich schon räudig. Du bist räudig, du Stricher. Mach mal Damage hier. Ja, ich bin doch dabei. Aber, ich meine, was willst du machen mit Auto-Attack, ne? Oh, präzise Streitkolben. Hier ist ein Event. Vertreib den Harpien-Schwarm vom Damm. Lass uns da mal mitmachen. Ja, dann können wir direkt schon mal was abgreifen hier. Jung Harp hier, okay. Ja, dann. Dann guck mal ran hier. Dann gibt's jetzt erstmal direkt Lack. Weil die halten schon gut was aus, oder ich mach einfach keinen Schaden. Ich hab keine Ahnung. Ne, die halten schon gut was aus. So, 90% noch. Also 90 Stück wahrscheinlich nach töten. Wie sie am quietschen ist, wenn sie in die Knie geht. Ist krass, ne? Mhm. Hab's auch gerade gehört. Ja, das ist gut. Und da das jetzt so ein Event hier ist, ähm, arbeiten wir praktisch ja zusammen. Und dann bei ihr, für jede getötete Harp hier geht die Prozentanzeige runter. Das ist schon mal sehr nice. Ja, stimmt. Fiole mit schwachem Blut. Können wir das mal sofort noch mitmachen hier. Oh, Malachit-Kiesel hab ich wieder bekommen. Ah, okay. Den werd ich mir aber diesmal aufheben. Falls ich dieses eine Großschwerter von dir nochmal bekommen sollte. Falls das nochmal droppt. Ja, gucken wir gleich mal. Ob das, äh, wiederkommt. Ich werd's dir dann auf jeden Fall zukommen lassen. Bis jetzt hab ich noch nichts Vernünftiges bekommen hier. Ich weiß nicht, ich glaub, ich hätte Bock auf so ne Zweihand-Axt, glaub ich. Ich muss aber später mal gucken, genau weiß ich noch nicht Bescheid. So, und das hier hab ich fertig. Wir brauchen noch zwei Harpien. Oder Harpien. Harpien, ja, ich muss nochmal so Dinger hier kaputt schlagen. Ich hab noch nicht genug. Da bist du immer irgendwie schneller als ich. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich hab diese Wasserlöcher nebenbei noch mit zugestopft. Ja, hab ich auch. Alter, ich krieg hier fast 50% EP für die Quest. Ja, ist doch gut. Richtig krass. So, jetzt die noch hier. Dann haben wir das, äh, ja, ist auch fertig. Perfekt. Und sogar wieder auf Gold. Ich weiß gar nicht. Nichts anderes erwartet. Ja, richtig. So, haben wir das auch alles. Jetzt nehmen wir den restlichen Scheiß hier mal mit. Richtig. Oh, das hier noch auf. Hab ich schon aufgemacht. Ah, okay. Warnung. Brutmutter. Okay. Keine Ahnung. Warte, dann nehmen wir die Dinnenfirma hier noch. Die müssen da, glaube ich... Okay, bei mir ist das Ereignis weggegangen. Bei mir auch. Wir müssen wieder zurück. Wir sind zu weit weg. Ja. Okay, wann kommt das jetzt mal wieder hier? Ah, jetzt. Ja, es sind ja bloß noch zwei, drei Körbe, glaube ich, dann haben wir es. Ja. Laufen wir mal hier runter. Aber hier haben wir schon alles, ne? Ja. Ja, das ist mal hier mit Respawn. Ah, warte mal. Hier vorne ist noch... Ich glaube, der zählt auch. Also, ich bin fertig. Ja, ich auch. Aber ich habe den noch angesaugt hier. Ah, okay. So, mal eben wieder gucken, was es hier gibt. Also, Werte erhöht, Information. Eure Werte haben sich verbessert. Kraft erhöht den verursachten Schaden. Präzision erhöht die kritische Trefferchance. Sehigkeit verringert den erlittenden Schaden. Widerdität erhöht die Lebenspunkte. Ja, gut. Präzision, Kraft. Das kann man hinterher immer nochmal nachlesen. Ja, dann müssen wir dann einfach mal gucken. So, hier habe ich eine neue Brust bekommen. Und ansonsten nur noch Handwerksmaterialien. Ich weiß doch gar nicht, was das mit diesen Trophäendingern auf sich hat. Ich auch nicht. Ich habe eine... mächtigere Rohlederweste. Ich weiß nicht, kann man das posten hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Die Verteidigung 25 hat. Was hast du? Ich habe Verteidigung 14. Aber ich glaube, ich kann nur leichte Rüstung tragen. Ja, Leder zählt. Ist doch leichter als leichte Rüstung. Oder? Ne, ich glaube nicht. Ich gucke mal auf, ich schicke dir das mal. Ja, mach das mal. Und dann checken wir das Ganze mal durch. So, die Post ist da. Ne, kann ich nicht tragen. Das ist Mittel hier. Die kann ich nicht tragen. Okay, gut. Willst du sie zurückhaben? Ach, was soll ich mit dem Scheiß? Ja, weiß ich doch nicht. Jetzt gehen wir eben noch diesen einen roten Punkt hier holen, hier oben. Ach ja, genau. Guck mal, den hätte ich schon wieder fast vergessen. War das hier oder einen höher? Einen höher, ne? Ja. Äh, ja. Aber das wird mir auf der Karte gar nicht angezeigt. Klar. Nein. Das ist der unentdeckte Aussichtspunkt. Überwestliche Götterdam auf Karte. Diese drei roten, die zwei roten Dreiecke. Wären mir nicht angezeigt. Echt nicht? Nein. Aber es doch, Alter. Nein. Ich kann ihn gerne... Guck dich. Der hat hier was für Karma. Harpienfeder. Okay, was ist das? Warte, ich guck auch mal. Dreikraft. Jetzt weiß man aber schon mal, was man mit diesem Scheiß machen kann. Freier Aufwendungsleiter. Dreikraft. Dieser Streitkolben. Ich will aber nicht... Ich will doch keinen Streitkolben haben. Ich verkaufe jetzt erstmal den ganzen Klumpachier, den ich nicht mehr brauche. Ja, und drei Kraft brauche ich nicht. Glaube nicht, dass ich Kraft in irgendeiner Art und Weise brauchen werde. Denk mal, ich brauche irgendwie Intelligenz oder Zaubermacht oder sowas. Ich habe auch keine Ahnung, das wird sich ja nach einer Zeit, wird sich das ja alles hier aufklären, was man braucht. Ja, das denke ich auch. Okay, einfach mal alles ansaugen hier. Mal verprügeln die Arschlecher. Aber ich habe diese Malachie-Kiesel jetzt, habe ich ganz schön viele bekommen. Ich habe drei Stück jetzt auf Tasche, glaube ich. Okay, ich habe einen. Wir wären auch hier hochgekommen, wir hätten dann nicht komplett ausrum laufen müssen. Ja, nicht schlimm. Hauptsache, ich vergimpfe es jetzt nicht wieder hier. Boah, das war eng. Das war knapp. So. Komm schon hoch mit dir hier. Der wird ja auf der Karte nicht angezeigt. Nein, ich muss gleich mal in die Einstellungen mal reingucken, vielleicht liegt das da irgendwie dran. Weil es so, ich weiß, was du für Dinger meinst. Ich hatte die im Vorfeld auch schon irgendwann mal, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Die sind irgendwie, sind die weg. Komisch. Ja, ich gucke einfach mal hier in meine Optionen rein. Vielleicht ist das ja da irgendwo. So. Ich rede dann schon mal zur Eder, der Bäuerin. Ja, mach das mal. Automatisch plündern. Bla, 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 bla. Einfache Grundmanzeige. Achso, ne, wenn, dann will ich auch schon das schöne Bildchen von dir sehen. Zustandsmarkierungen. Achso. Tja. So eine Option, Steuerungsoption. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann ich das irgendwie über die Karte noch einstellen oder sowas. Ich weiß es nicht. I don't know. Oder hat das vielleicht was mit der... Ich weiß auch nicht, was... Keine Ahnung, Alter. Ich habe sogar hier schon ganz reingescrollt und ich sehe die Dinger trotzdem nicht. Aussichtspunkte. Keine Ahnung. Gucke ich mal irgendwie offline oder sowas. Gucke ich mal, ob ich da irgendwas finde. So, jetzt geht es erstmal los hier, diese Obstgartenviecher da zu töten. So ein dreckiger Hunter mit Sperrfeuer. Ja. Wie legen wir jetzt gerade zeittechnisch? Zeittechnisch? 22 Minuten. Ja, das geht ja. Erstmal ein bisschen aufnehmen hier. Ja. Es ist ja noch früh. Ja, richtig. Aber jetzt 5 vor 8. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Mal diese scheiß Rennerei hier. Hier sind noch die Obstgarten, jungen Viecher. Alles kaputt schlagen hier. Ja, ja, die kleinen Zellen glaube ich auch mit der Zunge. Ich habe wieder gerade erstmal die Hälfte. Ey, ich bin gleich fertig. Verstehe ich nicht, ey. Ich auch nicht. Ich bin so langsam hier. Ja, ich habe ja schon. Verstehe ich einfach nicht. Aber egal. Ja, ich kann es ja auch nicht sagen. I don't know. Guck mal, einen bräuchte ich nur, dann habe ich es auch. Ja, guck mal, dann bist du schneller als ich. Dann wird es auch fertig. Ja, siehst du, ich brauche noch einen. Wo sind denn hier welche? 105 Karma. Da habe ich auch nicht ganz schlau rausgeworden. Oh, jetzt bin ich fertig. Hilft ihr kurz. Oh, wo jumpt der denn hin? So, ja, dann können wir schon direkt weitergehen. Hier in Wegmarke. Ah, okay, haben wir. Jetzt hier mit dem geilen Ausweichen wieder. Zap, zap. Oh, ich habe gefällt. Jawohl, nice. Das geht auch mit V. Ja, oder mit... Zwei mal nach vorne drücken, ja. Oder zweimal zur Seite oder so. Mächtige abgenutzte Ketten. Was? Füße, korrekt. Ja, man darf direkt angelegt. Ja, die habe ich auch. Oh, ich habe nochmal eine neue Brust bekommen. Have Cassie auf dem Moor. Hof, du sucht das Unterholz. Nach vermissten Moors besiegt Banditen und beschafft Nahrungsmittel aus der Banditenwinkelhöhle wieder. Machen wir mal. Das denke ich doch auch. Banditen Taschentieb, was will er denn? Er steht hier und flamet hier, die Leute, oder was? Komm her, mein Freund. Ja, ich habe ja auch schon wieder ordentlich Besuch. Aber alles easy going, ja. Ich bin Level 4 und ich bin Level 5. Mächtiger Hammer habe ich bekommen. Hast du schon einen weggemäht hier, oder was? Boah, was ist denn das für ein Ding? Krass ist Scheiße. Ich will auch. Du Cheater. So, da war ein Moor drin. Das ist schon mal sehr gut. Komm mal ran hier. Boah, guck mal, wie er mit dem Hammer ausholt. Alter Schwede. Boah, was hast du denn da für eine fette Keule, Alter? Krass, oder? Richtig krasses Teil. Mächtiges Beinkleid ist getroppt hier. Ja, sauber.